Willkommen zu Beat Saber. Stehe in der Mitte und lege deine Säbel in die Ringe zum starten. Gut, jetzt zerschlag die Würfel in Pfeilrichtung und triff die Farbe. Exzellent. Super. Gut. Nice. Gut. Super. Jetzt schlag irgendwo hin. Toll. Nice. Genau. Schlag oder triff nicht die Bomben mit deinen Säbeln. Perfekt. Gut. Lehn links. Lehn rechts. Lücken. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nun bereit.